Hi Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge, mehr Croft. Wir wollten Sachen anpflanzen und dafür messen wir Magical Crops. Was wären denn die ersten, die wir machen? Wahrscheinlich Kohle. Die Steine. Ah da. Ganz normal. Ok. Zweitens ist das auch Kohle. Oder Daily. Water. Fire. Air. Machen wir Kohle. Machen wir Kohle. Jetzt wieder geht's runter. Müssen wir ein bisschen mehr Krass abfarmen. Und Kohle. Hier. Und die Seeds. War falsch. Wo sind die Kohle Seeds? Da wahrscheinlich genau. Spider. Weather. Cow. Kohle Seeds. Nein. Nein. Ich hab so viel geträumt. Die Seeds. Wie ist Kohle. Da. Nur einen bitte. Da sind doch die Diamanten. Ein bisschen. Oh. Warte mal. Wie teuer ist der Diamant Seeds. Oh. Extrem. Wurde. Wurde noch ein bisschen besser. Kacke. So. Dann mache ich mir erstmal ein paar Kohle Seeds. warum es auch immer vergesse weiter weg müssen wir sowieso anderen klatschen noch versuch ok kohle vielfältig mache ich denn wie kann ich denn machen 13 ich mache mir ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun mal neun dann kann der endeffekt das so machen ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun wunderbar angst so glas fertig für glas das war noch mal glas mal ganz kurz hier ich glaube ich messe ein bisschen Tin ein Silber Tin schluss 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 Das ist sehr beurteidig, warum? Glas habe ich dafür Eisen und Restaurant. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Später brauchen wir genug davon, also wenn ich das da überläufe, sondern ne doch, war richtig, so. Ein weiterer Rentschapier. Ein bisschen Holt. Das war's. jetzt auch noch brav den Doppelkühlen Tomaten. Die will ich gar nicht haben, wiebald ich aber. Hallo? Warte, muss ich direkt davor stehen, ganz komisch. Und was war? Ich wollte nicht eine Hausweite bauen. Ich wollte eine Kiste machen. Ah, gestern ist das schon nicht. Kann raus, kann raus. Das kann auch raus. Rot haben wir erstmal. Wo sind wir hin? Wo könnte Mossy Collison sein? Fliegen, aber schnell sprinten. Na, Pferde haben Sprungkraft. Katzenarmeschnelligkeit. Muss ich mir merken. Oh, aber davon ist auch Lava. Hey, ich wüsste weit müssen. Ist es Magic geworden? Du wüsst kein Magic geworden. Du wüsst. Ja. Macht Schaden. Dreadwood. Schade, schade. Schade, schade. Guck mal, ne? Können wir natürlich jetzt Rowerwood mitnehmen. Ah, ein Wolf. Dumpen Wolf. Hatten. Wollte ich nicht. Ich will nicht. Meldige Wood wäre auch extrem nice. Wurde schon mal abgefarmt. Mal gucken. Sehr schön. Ich tanke mir die Eier. Kein Schimmer, wo wir... Was ist. Mhm. Ruckel. Oh. Und ein Dungeon wäre nice. Ich skipps ein Biom. Da wo... ...Mossi-Kommission, glaube ich, spawnt. Weil ich jetzt mal ein richtiger Modpack bin. Keine Ahnung. Oder warst du erst bei Infinity so? Aber ich weiß, dass bei Infinity gibt es jetzt so weit. Ich glaube, hier aber auch. Ich bin jetzt natürlich aus dem Schrank gegangen. Lass die Zettel arbeiten mal weiter. Ich wünsche euch jetzt glücken würde es irgendwie um den Berg drin sehen. Ich weiß, es ist nicht geladen, aber es sieht nicht so weit aus. Ach, natürlich ist es geladen. Soll. Gar von SKW. Ich fahre nice aus. Schangler ist gut. Und es... Ups. Blut der fallen. Ich verhoffen... Mhm. 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 Ich verhoffen, dass ich, ähm... Jemand finde. Am Masi-Koppel-Stone. Bitte, bitte, bitte. Es wär sehr schön. Lass mir plötzlich einen Stich. Sieht nicht sehr gut aus wie mich. Schade. Jemand hat es vor dann. Schade, schade. Wie sieht es aus, dass hier wie ein Dungeon ist? Chorallblock? Okay. Noch nie war davon gehört, von diesem Block und noch nie gesehen. Das ist aber, ich möchte nie in Wasser aufhalten. Hehehe. Ich will doch nur was haben. Ist das so schwer? Und scheiß dein Josefin? Hab bestimmt immer mal einen Dungeon gesehen, hier. nicht mehr Geld, wie so wie immer. Hoch. Das Öl. Und 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 das Öl. kann ich mir auch direkt markieren da dass er da wohnt ein bisschen weiter als 1000 meter einstellen dass er wissen kein dann ja ich bekomme kotzen warst du mal jetzt recht sehr was alt interessant Oh, ich muss auch mal ausgucken. Interessant. Oh, da ist er wieder. Jetzt wäre es ja. Ich könnte mal ganz kurz gucken, wie es aussieht. So. Da ist doch ein Schoffel. Oh ja, essen. Okay. Ah, ja. Äh, Waypoint. Waypoint. Und dann, ähm... Ah, da schaut kein M. Interessant. Oh, die Freiburg ist vorbei. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten Freiburg. Tschuuu. Tschuuu. Tschuuu.